Guten Tag, da sind wir wieder. Nachdem wir uns im ersten Spiel ein bisschen warm gespielt haben und ehrlich gesagt auch ein bisschen Zeit rausgeschlagen haben, weil wir vielleicht nur zwei Spiele gewinnen dürfen, haben wir eben schon solide abgeliefert. Mega solide. Man hat gesehen, es war ein Durchmarsch. Also auf jeden Fall bei mir. Also es war auf jeden Fall, haben die Leute Disziplin gewahrt, sind nicht Fraggeier geworden, sind nicht vier Leute 30 Sekunden vor Schluss in eine AWP reingelaufen. Nein. Das wurde nicht, nachdem wir gesagt haben, wir spielen mal ein bisschen ruhiger, zehn Sekunden später gesagt, ich bin am T-Spawn. Für was das denn? Also alles eingehalten. Und ihr könnt was gewinnen. Und da zeigen wir euch nochmal diese geile Matz. Ist das jetzt schon die Matz, oder was? Ja klar, man, ist voraufgezeichnet. Hey Leute, ich will das Team Limited Logo, was hier hinten ab und zu mal zu sehen ist, in hübsch. Ihr sollt das entwerfen. Guckt euch mal an, wie andere Teams das so haben. Schickt mir das bitte als EPS oder AI. Das geht also an euch Designer da draußen. Und zu gewinnen gibt es Ruhm und Ehre. Euer Logo wird nächstes oder übernächstes Mal hier zu sehen sein. Und wir werden Weltrum damit erlangen. Und ihr kriegt ein T-Shirt, wo ich ein bisschen was Schönes für euch extra drauf mache. EPS, AI. An diese Mail. Weiterspielen. Habt ihr gehört, ne? EPS oder AI. Und ihr werdet weltbekannt, noch bekannter vielleicht, als ich. Ich habe übrigens gerade mal kurz in jeglichen unserer Kanäle nachgesehen, wieso das Format hier ankommt. Und die Leute regt enorm auf, dass René kein Kevlar kauft. Was ist los mit dir, Junge? Das ist auch wirklich, Alter. Nein. Warum? Die Leute da draußen sagen, ey, das macht mega Spaß, aber was ist mit René los? Machst du das aus Respektlosigkeit? Manchmal lohnt es sich aber nicht. Das ist wirklich das, was andere sagen. Manchmal lohnt es sich einfach. Manchmal lohnt es sich nicht. Zum Beispiel, wenn ich schon weiß, dass ich eh ein AWP-HS kriege, dann brauche ich mir keine Weste kaufen. Was ist denn mit ihm los? Eigentlich mega smart, ne? Eigentlich ist es mega smart. Deswegen hat René auch immer sehr viel Kohle. Lieber ballern anstatt Geld ausgeben. Geiler Headshot. Das ist auch mein Motto, aber leider kriege ich das eine nicht ohne das andere hin. Auch immer richtig geil wegballern. Ja, was wegballern ohne Geld auszugeben ist bei mir leider Fehlanzeige. Ich finde übrigens schön, dass Florian so ein bisschen die Kapitänsplutze aufhört. Ja, genau. Und dann mal so Revue passieren lässt, was schiefen wir auf jeden Fall. Ja, ich kann das halt immer sehr gut nachvollziehen, weil 90% davon ist... Von dir aus ich lang. Das ist auch motivierend. Aber wie man sieht, wir haben schon ein neues Match am Start. Aber es ist leider wieder Mirage. Aber naja, ist jetzt egal. Naja, da haben wir doch geruhlt eben. Ja, das ist vielleicht für die Zuschauer ein bisschen blöd, wenn man die gleiche Map hat. Das Problem ist noch so ein bisschen, ich kenne die ganzen Begriffe nicht. Wenn ihr so sagt, also Sniper's Nest habe ich schon gerafft. Terroristen. Das kann ich, aber mehr nicht. Entschärfen. Wie geht das? Wie geht das? Das musst du Max auch nochmal zeigen. E-Brücken. Das musst du Max auch nochmal zeigen. Was denn kaufen bei dir? E? Ist es eigentlich B? Nee, bei dir ist es. Warum denn? Versuch mal bei dir gleich. Das ist verrückt. Das ist noch die E-Gedächtnis-Steuerung, die bei dir eingestellt ist. Wisst ihr, was mich am meisten auge ich? Ich glaube, gegen die werden ich Spaß haben. Ich habe das Gefühl, gegen die werden ich Spaß haben. Warum? Weiß ich nicht, weil irgendwie... Hä? Also der Siski ist schon mal nicht schlecht mit seiner Gladiator-Warm-Star-Trek-Star-Trek-Empfond. Ich treffe gar nichts. Also der Siski ist ein sehr AWP-Fetisch. Ich glaube, bei der Warm-Up ist das wieder AWP hoch. Das war nicht bei mir drauf. Okay, wir sparen jetzt alle auf die Autosniper. Y. Wir sparen jetzt alle auf die Autosniper. Alter, ich habe gerade einen neuen Gang gefunden. Den zeige ich euch gleich. Du hast einen neuen Gang gefunden. Ja, da konnte man sowas freischießen und dann war man woanders. Echt krass. Wow, 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 was geht ab? Oh, gemessert. No-Scope. Ah, fast No-Scope. Alter, Flo. Flo ist richtig... Richtig unfeiert. Flo ist killer. Alter! Flo ist... Alle drei. Warte, ich komme mit der Para. Wie sind die denn alle? Hat gut funktioniert, wie man gesehen hat. Romano, das hätte ja zu schön klappen können. Schön mit Dauerfeuer da reingelaufen. Ich dachte, wenn da zwei vor mich stehen... So, wollt ihr vielleicht eure Headsets auslösen? Oh ja, gute Idee, Florian Mann. Du bist mein Held. Du bist mein Teamleader. Im Herzen auf jeden Fall. Führer im Herzen. Bei Oli bin ich der Teamleader in der Hose. Da bin ich nämlich auch Intimleader. Okay, B oder was? B wieder? Ja, B nochmal, B Rush. Ich habe die Bombe. Geht vor. Okay. Also ich kaufe mir eine Kevlar, ne? Ich weiß nicht, wie ihr das... Rush, nicht stehenbleib nochmal, ja? Go, 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 go. Wie ich schon sehe, dass bei René die 800 Dollar nicht runtergehen, ne? Ja, ne? René weigert sich einfach im Team zu spielen. Ich habe leider aus Versehen auch keinen Kevlar gekauft. Habe ich nicht dran gedacht. Okay, wir schicken René und Max vor. Ja. Ich habe die Bombe. Lasst mich in Ruhe. Oh, ich habe Leck. Einfach drauf da, Leute. Da draußen sind welche. Alter, drei Leute schießen auf eine Person und sie geht nicht down. What the fuck? Ich hatte die Bombe nicht. Ich plante die Bombe, bitte. Ja, ich bin noch dabei, mein Freund. Ich habe zwei AP noch. Das langt. Im Shop ist einer hinter der Kasse. Der Kassierer anscheinend. Alter! Lass ihn einfach rauskommen. Was macht ihr da? Tink, 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 tink. Nein! Du hast ihn richtig geil gemacht. Messer ihn! Oh Gott! Da bleibt aber die Schnauze einfach, wenn ihr tot seid. Dass du auch noch verliergelaufen bist. Sag, Alter! Okay. Oh Mann. Schön die Pistol-Round verkackt. Das ist einfach worst case. Ja, seid einfach still, wenn ihr tot seid. Bitte. Na gut. Schön auf mich drauf gesetzt. Ja, da stehe ich drauf. Kann ich nicht... Was mache ich jetzt? Jetzt kann mir nichts leisten. Kannst du nichts leisten? So eine Ump oder so. Nicht mal Kevlar. B. René Kevlar. Ich bin bei B. Ich bin bei B. Alter, der hat schon wieder 2700 und kauft sich keinen Kevlar. Nein. Oder spielst du Echo? Oh, du spielst Echo. Okay. Das macht Sinn, wenn einer Echo spielt. Ich habe irgendwelche Tasten an meiner Maus gedrückt. Jetzt ist die Sense so langsam. Das ist die untere Taste. Die zweite Taste. Glaube mich bitte nicht. Hier, die zweite. Da steht einer. Die habe ich nicht gedrückt eigentlich. Vorne rechts B. Einer war auf B drauf. Einer ist hinten drin im Shop. Entschieb durch die Wand. Kann mich jemand covern? Ja. Alter. Alter, was geht ab? Ah, fuck. Der Waffe wäre geil. Oh, ich habe da eine. Okay, lass uns mal jetzt alle mal wieder konzentrieren. Was heißt ihr davon? Ja, das ist eine sehr gute Idee, Jens. Ja, was Jens sagt. Die Runde hat gut angefangen. Die Runde hat gut angefangen. Aber dann schwer nachgelassen. Schwer nachgelassen. Oh, ich ziehe jetzt auch mein Schildchen ab. Okay. Flo, Max, René A. Jens, ich. B. Sie. Mittel. Und dann Connector rüber zu A. Okay. Ja. C. Das ist Spanisch. Heißt ja. Oui. Smoke off. Wer ist da mit mir auf A, René? Ist das? Ja, ich gehe rein. Okay, ich cover dich über die Boxen oben. Ich höre was im Connector. Mittel ist noch frei. Einer sitzt im Spot A. Einer ist im Window. Ich habe mal die Bombe gedroppt. Oh, der sitzt oben auf den Kästen. Ah, die kommt von B jetzt rüber. Über den Connector. Was für Kästen. Du weißt da, wo A drauf steht. Fick meine Mutter. Ach, der ist noch mal so, genau so. Nur besser. Aber ich kann mir nichts leisten. Ich muss Echo spielen. Ja, scheiße. Wie ist das mit euch? Ich konnte mir nur ein AK kaufen. Spielst du auch Echo? Nein, ich habe mir ja Kevlar gekauft. Ich spiele voll Echo. Ey, meine Hände sind so nass. Ja, ich beklebe auch am Tisch. Mein ganzer Rücken ist nass. Meine Hose auch. Geil, Jens. Und ich wunsche gleich hier vom Sitz langsam runter. Okay, wir gehen durch den Connector, rüber zur A. AWP im Window. Hä, habe ich Lack oder? Alter. Alter, wie schlecht ich schieße. Das sah gerade sehr merkwürdig aus. Wie er dich durch die Wand einfach gehetshottet hat. Ich alleine, ja. Wer hat eigentlich von euch angemeldet? Oh, ich. Fehlen nur noch drei. Easy. Vier. Einer stand vorne im Window mit AWP. Nice. Super. Ein AP. Ihr habt mich belogen. Da waren doch alle vier am Leben. Ich dachte, es wäre nur noch der eine. Ich habe doch gesagt, es sind vier. Ach, der Typ hat ein Fragezeichen. Das übersehe ich nämlich auch immer. Was spannend. Okay, ich kann kaufen. Ach, der hat ein Fragezeichen. Das ist ja... René, ich kontrolliere das jetzt, ne? Ich mache... Jens, René, ich zu A. Ich habe dich nicht verstanden. René, zu A. Verkauf dir Kevlar, Alter. Ich habe eine Schroflinte. Das macht mich aggro. Ja, bei René. Hätte ich jetzt Kevlar gehabt, hättest du vielleicht überlebt. Mit einer Schroflinte? Ich habe mich verkauft. Weil das so rutschig hier ist mittlerweile. Das dazu schwimmt schon. Beruhig dich mal. Nur oben oben. Lass abhauen. Lass Mittel gehen. Lass Mittel gehen. Komm zurück. Können wir mal bitte wieder als Team spielen? Ich habe das Gefühl, das sind gerade eher kleine Gruppchen. Lass uns Mittel treffen. Ja, wir sind alle drei, die noch leben sind. Dann kann es sein, dass gleich von B oben einer kommt. AWP steht da oben. Okay. Alter, ich habe nur sieben HP. Ja, dann lass B gehen. Das ist jetzt echt Verzweiflungstat hier gerade. Oh Mann. Da steht einer auch. Durch die Wand wieder mit Headshot. Alter, habe ich einen Schock gekriegt gerade. Durch den Balken. Durch den Balken hat er dich geheadshottet. Ja, weil er wusste, dass ich da stehe. Boah, ich habe mich gerade voll erschrocken. Lass nochmal B durchrushen. B rushen. Ja? Ja. Ich habe die Bombe. Lasst euch vor. Nachbarn. Zurück, zurück, zurück. Okay. Ich bin blind durchgelaufen. Da steht keiner. Nicht blocken. War der nicht geflasht? Ja, ich war geflasht. Ich wurde zurück. Aber ihr standet doch. Ging nicht. Ich stand hinter dir. Okay, wir sind gerade richtig reingekesselt hier. Ich habe sieben HP noch zu gut. Ja. Wo war der? Wo war der? Der war da hinter den Kisten. Gerade durch. Was soll man hier machen? Die von oben kommen mit AWP. Oben im Gang ist einer mit AWP. Synchron Kill. Eko brauche ich doch nicht. Ja, das wird eine sehr unterhaltsame Runde. Ich brauche keinen Eko und ihr. Never give up. Wie schon ein... Nein, nein. Alles gut. Ja. Was machen wir? Also B rushen und sowas bringt alles nichts. Weil die AWP kämpfen. Ich habe A. Ich gehe A oben durch den Palace. Okay, ich höre was bei A. Alter, mich gesprungen. Dieser fick AWP. Er ist oben. Das ist für dich. Aua. Ach, der steht hinten in diesem kleinen Gang. Über unserem Spawn kommt einer. Aber ich habe nur 10 AP. Wo steht der? Über unseren Spawn kommt einer. Da hinter. Die bauen halt so einen Pressure auf. Das ist krass. Ich sterbe jetzt eh, wenn ich hier um die Ecke gehe. Schade. Ich stehe mit der AWP bei A. Aber rauf da einfach oder was? Wenn ihr sterben wollt. Ich glaube, ich hatte den Dent... Schön mal rausgetappt. Immer 20 Sekunden, ne? Also... Ja, eben. Habt ihr denn die Bombe? Ja. Ja, dann macht es doch. Wie... Wie was? Kann ich da vorhin den Replay sehen? Wie der uns zeitgleicht, obwohl wir an zwei Unschieschen in der Kiste standen, getötet hat? Eko? Ich habe nur... Okay, ne AK kriege ich auch noch hin. Und ein Kevlar. Naja. Mehr braucht es auch nicht. Man kann nicht alles haben. Ich gehe mal A oben. Was? Da... Wo? Da. Hab's nicht gesehen. AWP. Dürfte frei sein. Nein, doch nicht. Von wo auch immer. Oh, ist da direkt der Nächste. Hä? Von wo war er nicht gerade angeschossen? Hat einer die Bombelichtmitte? Scheiße, die Bombelichtmitte. Schön. Einer noch. Einer noch? Das ist der mit der AWP. Der hat eine AWP, ne? Der hat eine AWP. Oh, oh, okay. Okay, Alter, ich war doch schon hinter dieser Fickbox, Mann. Ich habe doch, als ihr gesagt habt, dass es eine AWP ist, wollte ich weggehen. Kackscheiße, Alter. Ich habe halt noch 13 HP. Aber 100 Skill. Und kein Kind. Ich kann nur jetzt versuchen, noch zu überleben. Kill ihn! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Schade. Der ist aber auch gut mit seiner Fick-AWP, ey. Mann, es sind aber auch knappe Runden dabei. Oh, ja, ja. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich habe die Bombe-Ig-GA oben. Max sieht so geschlagen aus. Ich gehe noch mal da in die Mitte. Boah, mir ist es so unfassbar warm, ey. Ich klebe überall fest. Diese GoPro-Perspektive ist aber auch einfach schön. Ja, hin, raus. Fick dich! Zwei Stück. Oh, geil. Ey, Alter. Das ist so unfassbar. Was ist das für eine Scheiße, Mann? Das ist echt nicht schlecht. Die spielen nur noch AWP, die beiden. Die Dark Knights, Leute. Die Dark Knights spielen doch nur AWP-Guts. Wir werden aber auch hier hart geschunden. Was ist das schlechteste Zeichen für eine Runde? Das heißt, irgendwas läuft dramatisch falsch. Dankeschön. R-Rush. Okay. Kauft Smokes. Ich habe kein Geld für Smokes. R-Rush? Ja, doch habe ich wohl... Alter, René! Ich wollte hinten... Ich habe eine AWP. Was soll ich eine AWP-Rush? Uh, gar die Idee! Alter, okay. Double Headshot! Habt ihr das gesehen? Keiner hat es wieder gesehen. Ist okay. Ey, ich habe zwei Leute aneinander getötet mit Double Headshot. What the fuck? Siehst du, der Typ? Können wir das im Replay sehen? Können wir davon ein Replay bitte sehen? Nein? Erstmal muss René die jetzt wegmachen. Geil. Der Typ sagt sogar, what the fuck? René killt die jetzt einfach easy und dann... Ich kill hier gar keinen. Mich kill... Einer von hinten. Oh, ich habe ihn getroffen. Nice! Jawoll! Jetzt kommt die HE und springt den einfach weg. Mister, ich kaufe keinen Kevlar. Bist euch! Ja, oder ist sie. Oh oh. Nimm dir die AK! Ich will noch die AK! Ja! Weggefickt! Nice! Nice man! Nice man! Nice man! Nice man! Gehen wohl! Ah! Ah! Und jetzt... Nicht alle oben lang! Ich mach mal auf B ein bisschen Alarm. Ich wusste, ihr habt jetzt nicht zugehört, weil ich so gehypt war, dass wir eine Runde gewonnen haben. Jens, nicht durchgehen! Nicht durchgehen! Okay! A-W-A! 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 Das ist überraschend. Okay, vielleicht sollten wir mit diesem scheiß A-Ding aufhören. Jens, ich geh zurück. Alter, der eine hat schon nichts mehr. Alter, der Typ holt einfach alle mit der AWP weg. Welcher von den vier? Ne, der Salty. Ne, der... Midnight oder der andere? Da kommt gleich schon einer, Oli. Ach, oder Pokes. Der hat mich da oben geholt, genau. Sauber. Ach ja. So, jetzt einmal fünf für Oli. Jetzt sehen wir Oli's Punkt Nates. Da gab's einen Tipp auf Twitter. Campen nur noch, die... Wenn alle nur noch mit AWP spielen, ist halt echt behindert, Alter. Aber weißt du, wie wir dagegen ankommen? Nein! Ich muss leider Echo spielen, aber sonst würde ich sagen, wir würden uns einfach voll mit Nates ausstatten und einfach B-Rushen und vorher das Ding smoken und äh... Super gute Taktik, aber in der nächste Runde. B ist der Einzige, der... Ja, dann B, 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 B... Aber B ist der Einzige, der keine AWP hat, glaube ich. Ja, B steht auch gleich wieder mit einer AWP auf dem Auto. Pass auf, ich geh rein. Mit Messer, so voraus. Ja, da sind die ganz bestimmt nicht bei B, was? Verbrannt? Ja. Ich stand schon mittendrin, so ein zurückgegen. Alter, wie war denn diese... Wie war denn diese AWP-Absicherungen hier? Entweder schießen lassen oder verbrennen. Ich wollte jetzt einfach der Bombe. Smoke! Ich hab dein Popo gedreht. Drei AWPs hier einfach da rumstehen. Ist einfach dumm. Das ist ja wie Aztek, ey. Ist mega smart. Ist einfach dumm. Ich hab noch 40 Sekunden Zeit. Wieso stirbt der denn nicht? 88 Schaden hab ich gemacht. 88 Schaden. Hat er ihm gemacht. Wo war der, unten oder oben? Stimmt, da. Oben. 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 Das war richtig schlecht von ihm. Ich hab, glaub ich, fast einen Herzinfarkt bekommen. Und mein Trommelfeld ist geplatzt. Nein! Das war nur eine Sekunde. Oben. 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 begegnet man den AWPs? Wo sind die kürzesten Strecken? Wo hast du mit Nahkampfwaffen? Die sind dann überall mit AWPs. Da zum Beispiel. Und jetzt in der 100 Euro. Oli holt sich nur die AWP und wirft seine Waffe weg. Was willst du von mir? Ich bin jetzt gerade durch die... Okay, fick dich! Wollt ihr einen AWP? Ich habe gerade eine. Ich liegt gerade vor mir. Weggetackert. Wo standen die denn, Oli? Die waren fast in unserer Base. Wie denn? Einfach campen. Okay, werde alle von der AWP gestürzt und dann nicht auch mitmachen. Schade. Wo ist der denn mit der AWP? Überall? Ja, da jetzt rechts. Da. Hinter dir? Auch AWP. Lass ihn kommen, lass ihn kommen, lass ihn einfach kommen. Wir sind ja noch 16. Nach 16. Entschuldigung. Ich denke im Eifer des Gefechts nicht dran. Ja, dann safe. Wir spielen so konsistent. Letzte Runde, letzte Map waren wir ganz so okay, ganz okay. Und jetzt wieder so richtig kacke. Das liegt aber auch nur an den Zweien bei dem anderen Team. Wir können einfach A rein stürmen. Ja. Ja, stimmt. Ja gut, wenn wir alle kommen, haben die halt was dann die machen. Einer muss überleben. Okay, alle smoken? Ja. Von mir aus? Wir werden einfach so weggerackt. Von mir aus? Habt vergessen. Vorbei. Was sag ich? Einfach rein da. Hä? In der Smoke, Alter. D-Day. D-Day. Einfach rein. Die Smoke ist dein Freund. Hä? Ich hab's halt nicht geschickt, weil in der Smoke. Schau ich, die Smoke trifft da drei Leute, der Hurensohn, oder was? Die haben alle AWP. Okay, die Idee war ganz nett. Nein, die war okay. Komm, machen wir nochmal. Aber jetzt wird Bombenack. Ich hab kein Geld für den Smoke. Ich hole mir jetzt auch keine Kevlar, nur AK. Achso, warte, Granat hab ich ihn vergessen. Smoke. Und Reiner, ey. Ja, das war auf jeden Fall die witzigste. Das war unsere beste Runde bis jetzt, also vom Spaßfaktor her. Ja, vom Spaßfaktor her, ja. Die werden auch bestimmt nicht vermuten, dass wir das gleich nochmal machen werden. Ab in die Smoke. Von allen Seiten, ey. Der sitzt oben, halt draußen. In der Sniper-Position steht einer. Haste die alle. Ich auch. Alle. Ich will auch einfach nur ein neues Badge haben. Und andere Leute. Nice. Die U-M-B. So, zwei AWP noch. Du hättest das gedacht. Aber er schießt auch nicht, oder was? Der Mulch. Was hat denn mit ihm los? Warte einfach. Lass ihn kommen, er hat eine AWP. Er hat die Waffe gewechselt. Da ist der Fuchs, ne? Da ist der Fuchs. Einfach eine andere Waffe genommen. Naja, aber es war schon nicht schlecht. Nun. Enge Nummer. Nein, immer Teamwechsel. Immerhin. Aber ich klebe überall. Das ist richtig eklig. Ich habe auch das Gefühl, mein T-Shirt kommt. Ich hole schon mal hier so ab, immer so auf den Lehnen. AWP-Runde gleich, oder wie? So was, wohin? Wer wie was? Wer am nächsten zu B, es geht zu B. Wer am nächsten zu A, es geht zu A. Ich habe wieder ein Dev-Kit. Unser Haus wird, glaube ich, gerade abgerissen. Schade. Entweder das, oder es ist irgendwo eine Bombe. Gang, 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 gang. Auf wen kommt nichts? Tod, tot. Von Ektos ist einer gestorben. Oh, alle, alle gangen. Oh, Mitte, Mitte, Mitte. Sauber. Ab ein. Bombe ist gedroppt, Mitte. Auf B ist einer. Ja, stimmt. Da gucken wir mal. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Brrra. Brrra. Ich habe nicht einen Gegner gesehen. Brrra. Okay, jetzt holen wir auf. Jetzt, ja. Jetzt wird es geil. Momentum. Jetzt wird es gay. Ich gehe A. Ich gehe B. Wir holen so lange auf, bis sie sich wieder AWPs leisten können. Ja, sie dürfen sich einfach keine AWPs leisten können. Das ist es eben. Wo, Max? Gehen die A durch? Alle A. Ah, ah, ah. Ich sehe nichts. Ah. Drei habe ich schon. Bombe liegt A. Ah, sorry. Das war mein Foto. Sehr schön. So, jetzt fangen die an. Jetzt können die sich AWP leisten. Ja, ich auch. Ich auch. Okay. Okay, okay. Ich mache Palace oben und René macht unten A unten. Okay? Where are you going in? René, kannst du das bitte confirmen? Confirmed. René, Kevlar confirmed? Ja. Check. Oh. Alter. Hilfe. Ich sehe nichts. Ah, damn it. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ah, unten. Sehr schön. Ah, im Spot A. Sehr geil. AWP halt, ne? AWP, Action, jo. Ich behalte jetzt das ganze Spiel. Okay, wir liegen noch 10 zurück. Noch 10. Ja, ich weiß. Oh. Ich gehe wieder B. Ich gehe auch B. Rest geht A. Ja. Jo. Passt jemand nicht Mitte auf? Okay, ich gehe, ich schaue Mitte. Wenn Jens mich nicht mehr blockt. Ich bin extra zur Seite gelaufen. Middle. Middle ist Pokes. Mit A, K, glaube ich. Wo denn? Middle, unten. Okay. Connector. Zu B kommt einer. Ich komme über Mitte zu B rüber. Wohl, einer muss auf A bleiben. Ich bin auch. Lass die kommen, lass die kommen, lass die kommen. Wenn wir jetzt vorstürmen, sind wir nur gleich wieder tot. Ja. Oben Palace. Von wo? Achso, der kam unten durch die Tunnel. Wo A, unten? Der kam von Mitte, aber der hat Olli schon. Oh, vom CT-Spawn. Ja, geil. CT-Spawn. Mit so einem 300.000 Euro Messer. Wenn ihr was seht, sagt's an. Ich bin tot. Jetzt nur noch Olli und Karak. Bitte, war auf jeden Fall noch was, Olli. Warte, warte, Karak, warte. Warte, Olli ist sofort zu weit. Geh schon mal ein bisschen weiter nach vorne. Go, 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 go. Drauf, drauf, drauf. Karak ist auch da. Ja, oben im Fenster. Hä? Oh, wie miese Nummer, Alter. Sauber. Einer noch. Geh auf, die Bombe geht schon oben im Fenster. Mach einfach die Bombe, mach einfach die Bombe. Mach einfach die Bombe. Kannst du doch nicht, mach einfach die Bombe, wenn du nicht in Position hast. Ja, also wenn du alleine bist, ist das eigentlich neblich. Ja, Olli war da eben noch. Mach einfach die Bombe, der wird das vergessen. Ich hab gedacht, er steht irgendwie ganz hinten in der Ecke oder so. Bei mir hat Olli noch gelabt. Egal. Matchrunde, match. Match, match, match. Match, wie heißt es? Match, match, point. Match, match. GB. Spielsatz und Sieg. Wieso kann ich mir nix leisten? Das ist ja oberkacke. Da steht einer. Aber hier sind AWP's. Rechts übrigens. Geil, und jetzt hab ich die AWP. Mit der Waffe, mit der ich am besten spiele. Du bist gleich tot. Schieß einfach. Aber du hast mir den Arsch gerettet, Mann. Von der Seite noch. Du hast mir so den Arsch gerettet. Kannst du meine Waffe wieder? Ich wollte gerade auf die Pistole wechseln. Ja, kannst du wieder haben. Hier drüben bin ich. Okay, ich geh wieder. Mittel, wir hatten... Ich geh B. Ich leg noch ne AWP, wenn einer eine will. Ja, ist meine. Finger weg. Ist meine, ist meine, ist meine. Ist meine, ist meine. Sabest du recht? Mittel war einer. Häh? Oben Palace. Oh. Alle. Alarm, Alarm, alle. Bombe wird gelegt. Okay, defuse, defuse, defuse. Lebt keiner mehr, ne? Ne. Bitte meine Waffe. Oh, zu spät. Alter. Gute Runde. Ist halt die ganze Zeit Matchpoint, ne? Seitdem machen wir es gut. Ja, das ist the pressure, der Druck. Ohne können wir nicht. Jetzt werden wir einfach so genutzt, ich sag's dir. Ach, Quatsch. Jetzt, oder was? Positiv denken. Ich geh B. Mitte war einer, ist down. Ich koch Palace um. Ich glaub, die kommen A. A, ja. Die stehen in dem Gang. Hast du den Gang unten, René? Ja. Swank. Wo ist die Swank? Wo? Sagt an. Wo war der? Ja. Ah, fuck, da war noch einer. Die kommen Mitte. Der war Base noch. Über Mitte kommen sie. Jawoll. Ich hab mich auch langsam eingespielt. Nur noch acht Matches. Ah, fuck. Ich glaub, ich bekomm ein Magengeschwür. Ne, das ist gut. Ich mag den Druck. Ich steh drauf. Druck? Schmuck? Spiel ich am besten. Ich tue einfach die ganze Zeit so, als wär's nicht so. Ich geh B. Ich pass wieder Mittelauf. Aber wenn wir jetzt verlieren, dann haben wir die letzten Runden sehr gut gespielt. Also sehr gut ist jetzt übertrieben, aber ihr wisst schon. Annehmbar. Kommen die mal B? B, oben kommt einer. Bombe ist B. Bombe ist B. Komm, komm, komm. Oben. Sind die schon auf B? Ne, ne, sind noch nicht auf B. Was? Sind noch nicht auf B. Ne, im Gang ist nichts mehr. Oh, dammit. Wo? Äh, Tunnels, sorry. Ich bin noch mit denen beschäftigt. Oh, zu zweit, diese Bastarde. Also einer von denen dürfte nicht mehr viel HP haben. Wo denn? Da. Fuck. Warum sind der ja zwei gewesen? Also noch zwei. Warum, es bin vorhin. Sehr gut. Okay. Oh. Base Bones. Nice. No Scope. Diffusen. Schnell. Naja, der hat sich das Auge ausgestochen am Lauf. Töte ihn. Er kriegt ja von HP abgezogen. Denkt dran. Ich gehe B. Ich bin wieder Mittel mit AWP. Ich gehe wieder A. Mit René oder was? Nur durch Spoke. Zählst du oben? Äh, ja. Oh. B geht viel. Ähm, B kommen einige. Also ich weiß nicht. Jo, B. Fuck, B zwei. Fuck, Mittel hat mich erwischt. B drei. Also sah gerade so aus. Da kommt einer mit der AWP. Ja, der ist mir hinterher gerannt. So einer mit AWP da. Und da einer mit der OP. Aber gut gekämpft. Aber gut gekämpft, ja. Also halt schlecht gespielt, aber gut gekämpft. Und da können wir es schaffen. Sollen wir nochmal... Werbung? Werbung. 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 Und mal GG sagen.